So schön wie es hier auch ist, man soll die Gefahren nicht unterschätzen, so wie das Zeug hier im Wasser bringt. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Gold Diggers, heute mit dem Start Daisy. Und ihr seid live dabei, wenn wir was finden. Viel Spaß beim Video, bis gleich. So, das Gold Diggers Schatzsucher Revier. Alles dunkel, aber wir haben wenigstens eine Toilette für uns ganz alleine. Servus Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich mal in Kroatien, am Strand suchend. Und zwar mit, ich will noch gesagt, mit einer kleinen Spule. Mal schauen, ob die was taugt, ich denke mal schon. So, ich würde sagen, lass uns gleich anfangen, los geht's und bleibt dabei. Musik So, ich nehme euch mal mit. Schaut mal, wie geil das immer ist. Musik 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 So, Freunde, das ist meine Auspäude von Weide. Da haben wir den Schlüsselanhänger, da haben wir ein paar Münzen, Grundkorken, Grundkorken habe ich viel, viel mehr gefunden, aber die habe ich schon entsorgt. Dann die Flasche, mehrere gebrochene Flaschen gefunden, große Blaschen habe ich auch schon entsorgt. Ja, zwei, vier, sechs, acht, neun Münzen, dann der Schlüsselanhänger, der perverse, ja, im Großen und Ganzen nicht schlecht, das Problem ist das Kies. Im Großen, der ist einfach wirklich zu tief und mit dem Quest Scooper kommen wir dann nicht so weit im Boden runter, also mit Ringen und so, da muss ich schon echt schwer, da muss man schon echt Glück haben, dass sie weiter in der Wasseroberfläche liegen. Na ja, im Großen und Ganzen hat es trotzdem Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat es gefallen, dann bis zum nächsten Video, lasst gerne ein Abo da, kommentiert mal das Video und bis zum nächsten mal. Bis zum nächsten Mal. Musik Musik Musik